Hallo und herzlich willkommen hier zu Die Sims 3 und unserem Haushaltszoom, wo unsere gute Prudence ja gerade versucht nichts anbrennen zu lassen. Aber keine Ahnung wie das geklappt hat. Eigentlich ganz gut. Es sieht gut aus. Es sieht nicht verkorkst aus unser Essen. Das ist doch schon mal was. Und es ist Musetag. Voll gut. Ja, in einem Tag wird es schon wieder Herbst. Was? Wie in einem Tag wird es schon wieder Herbst? Hä? Wir haben doch gerade mal irgendwie den Winter überlebt. Warum kommt mir das immer alles viel zu schnell vor? Ich bin hier manchmal echt ein bisschen verwirrt. Wir haben doch hier gerade so das Laub beseitigt gehabt. Und der Schnee ist doch gerade so weggetaut. Hä? Ich muss sagen, ich habe meinen Grafikkartentreiber wieder neu installiert. Und dann muss ich immer die Einstellung neu machen. Kann sein, dass es deswegen irgendwie verrutscht ist. Ich habe hier gar nichts mehr mitgekriegt. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, wir sind gerade erst mal seit zwei Tagen hier dabei. Aber gut, gut. Ich habe keine Ahnung, woran das jetzt schon wieder liegt. Aber im Herbst können wir Gott sei Dank auch noch was ernten und so. Ha? Manchmal ist es komisch hier. Was sagst du dazu, Barbie? Ich bin da manchmal ein bisschen überfordert. Äh, wir loben einfach mal fürs Gehorsam sein. Ist ja auch nicht schlecht. So, Flöckchen muss sich mal dringend bewegen. Und Barbie geht es soweit eigentlich ganz gut. Barbie müsste sich auch mal bewegen und könnte auch mal rein theoretisch was futtern. Dann gehen wir hier einfach mal in der Ecke, wo Futter liegt. Okay, hier liegt gar kein Futter mehr. Krass, wie futtern denn hier immer alle alles auf? Was ist da los? So, Prudence hat fertig gegessen. Dann, Prudence, kannst du das hier mal ruhig wegstellen. Sauber müssen, sauber müssen, genau. Sauber machen müssen wir hier erstmal nicht so viel. Äh, ich würde auch vorschlagen, wir können hier mal wieder eine Runde malen. Casey schicken wir jetzt mal ins Bett. Und wenn Michelle wach wird, kann sie hier mal was futtern. Äh, hier, wir sehen mal die Limonpfannkuchen. Und dann füllen wir hier mal das Futter nach. So. Unsere gute Lara verteilt hier ganz fleißig. Sehr gut. Äh, hier drüben müsste eigentlich auch noch was zum Verteilen sein. Äh, ich glaube, ich packe uns mal hier einfach nochmal was Neues zu futtern hin. Dann, dann können wir den großen Haufen hier mal verteilen. Und hier drüben stellen wir auch mal gleich wieder einen neuen hin. Dann sollte das passen. Ich packe den jetzt hier einfach mal mitten in die Mitte. Dann verteilen wir das da einfach mal weg. Dann haben unsere Tierchen hier immer schön was zu futtern. So, Lara, kannst du gleich mal eine Runde weiter verteilen? Bitteschön. Immer, immer runter damit. So, Milo schlägt hier aus. Aber rennt auch gleich wieder weiter. Alles Klärchen. So, ich habe einen Gartenzwerg gehört. Kann das sein? Ah, schau mal hier. Dann, lieber Gartenzwerg, schön, dass du da bist. Hui. Voll gut. So, und hier verteilen wir auch mal wieder eine Runde. Äh, ich habe in den Kommentaren gelesen, das Badezimmer sieht jetzt vollgestopft aus. Hä? Also, wir haben hier über vier Quadratmeter gefühlt, äh, Platz so. Es steht einfach nur in jeder Ecke was im Sinne von, äh, ja gut, wir haben den Platz genutzt. Aber ich glaube, ich packe jetzt mal die, die, die Dinger hier weg. Die finde ich jetzt mit dem Bummel da irgendwie nicht mehr so sinnvoll. Hier direkt bei der Badewanne machen sie dann vielleicht irgendwie mehr Sinn. Aber vollgestopft, würde ich sagen, ist irgendwie was anderes. Weiß ich nicht. Weil wir haben ja ständig hier irgendwie Platz und frei und so. Ich meine, hier ist ja nun mal das, das, das Wäschezimmer. Das war es ja schon die ganze Zeit geplant. Es war doof, dass man da jetzt erst durchgehen muss, um ins Badezimmer zu kommen. Aber dafür hatten wir hier das Bade, in das nie jemand gehen wird, gebaut. Und, äh, ja, weiß ich nicht. Ich finde es okay so. Vielleicht nicht optimal, aber völlig okay. So, Laura, ein bisschen weiter verteilen da, wäre ganz toll. So, Star und Milo freuen sich hier in Kula-Keks. Hihi, voll süß. Wie, wie, wie. Okay, jetzt haben wir noch weiter keine Merkmale irgendwie von sich rausgefunden. Auch interessant. So, wir können mal ein bisschen herumgaloppieren. So, da haben wir auch wieder ganz gut verteilt. Und dann würde ich sagen, können wir mal, äh, hier zum Milo gehen und sagen, Hey, yo, wir bürsten dich mal eine Runde. Wie sieht's da überhaupt aus? Eigentlich so weit, so gut, völlig in Ordnung. Und dann können wir hier auch ruhig mal ein Ernteprodukt füttern. Einfach mal einen Apfel. Da freut sich Milo dann bestimmt auch. So, ich packe mal den Ball hier ein Stück weg. Legt alles hier irgendwie so rum. So, was ist gerade passiert? Michelle hat den Geschirrspüler ruiniert, kann das sein? Ja. Ah, das Klärchen. Äh, dann reparieren wir die danach einfach mal. So, ich mach mal hier das ein bisschen leiser. Irgendwie, ich muss immer irgendwie erst wieder die Einstellungen finden, was, äh, die Lautstärke betrifft, wenn sich hier das System geändert hat. So, jetzt rennen wir Milo wieder hinterher. Wo ist er denn hingerannt? Achso, nur zum Hufe ausgekratzt bekommen mussten wir ein Stück weiter an das Klärchen. Dann, dann macht das ja Sinn. So, jetzt gibt's hier noch ein leckeres Ernteprodukt. Hui, Freude. So, und dann können wir ja hier mal eine Runde beschnüffeln. Ich weiß gar nicht, hat Lara noch Klarotten, genau. Äh, Karotten im Inventar, das hat sie. Es sind nur Samen. Und dann können wir mal gucken, ob wir hier Karotten füttern dürfen. Weil die, die möchte, äh, Milo gerne essen. Juhu. So, und dann können wir rein theoretisch mal ein bisschen springen üben. So, Dalle. Milo legt los. Und wir wollen gerne unsere Reitfähigkeit ein bisschen verbessern. Hm, ich bring Flöckchen mal hierher. Dann kann, kann Flöckchen sich mal ein bisschen hier austoben. So, das Bummel ist wieder repariert. Sehr schön. Dann wischen wir hier mal alles auf, würde ich sagen. So, Dalle. Und, oh, Level 4 erreicht. Perfekt. So, einmal eine Runde bürsten, eine Runde Hufe auskratzen. So. Dann kann sich Flöckchen hier gleich, wenigstens bei Soziales, ein bisschen besser fühlen. Das ist dann auch schon mal gar nicht so verkehrt. So, und danach können wir ruhig mal eine Runde vieren. Dann erfüllen wir uns da auch den Wunsch. So, Michelle hat alles aufgesaugt. Wie so ein Staubsauger. So süd. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Wellness Center und lassen uns da mal die Fingernägel machen und die Fußnägel und so und hier Maniküre, Pediküre, wisst ihr Bescheid, dass wir hier mal ein bisschen rauskommen und gleichzeitig uns was Gutes tun. So, die beiden machen sich hier immer noch ready. Sehr, sehr gut. Da hinten wird gleichzeitig gefuttert. Ui. Sehr schick. So, Dalle. Und dann können wir auch noch hier wieder eine Karotte verfüttern. Aber wollte Barbie nicht Flöckchen nicht eigentlich hier auch eine Runde schnüffeln oder vieren? Ach, vieren. Und wir wollen auch Lara anvieren. Okay, das machen wir, wenn ich das hinkriege. Anvieren. So. Jetzt haben wir minus 100 ausgegeben, aber wir haben ja im Prinzip auch genug hier, um das mal zu tun. So, jetzt haben wir uns hier mal ein paar Wünsche erfüllt. Sehr schön. So, Star muss noch seine Packung kriegen. Was macht er denn gerade? Geputzt werden. Vieren. So, dann gehen wir mal hier rüber. Und Lara schicken wir auch mal rüber. So, Flöckchen geht es mittlerweile wieder richtig gut. Aber Flöckchen kann ja auch ein bisschen mit dem Pferdeball spielen. Wenn das Pieseln erledigt ist. So, Star legt den Rückwärtsgang ein. Star wird übrigens bald älter, ne? Ich hab mal gerade so geguckt. Lara ist ziemlich nah an der Alterung. Und Star in zwei Tagen. Und Queechi in sechs Tagen, glaube ich. Ja. Und ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir da gebührend Geburtstag feiern, hoffentlich. Und dass ich das nicht wieder vergesse. Das wäre irgendwie ein bisschen, ein bisschen schlecht. So, dann lassen wir da gleich mal noch eine Runde beschnüffeln. Und wir wollen Milo streicheln. Okay. Hier wollen wir Milo als besten Freund gewinnen. Pferd ohne Sattel reiten. Können wir gleich mal bei Star versuchen. Oh, Level 10 erreicht. Sehr gut, Barbie. Barbie ist jetzt super schnell. Voll gut. So, wir kratzen eine Runde Hufe aus. Ich fand das Bild, was Prudence jetzt gerade gemalt hat, irgendwie voll gut. Ich glaube, das hängen wir auch irgendwo hin. Ich finde das richtig, richtig, richtig gut. So, ne? Voll schön. Vielleicht hier in die Küche. Hier haben wir ja ewig nach einem Bild gesucht. Das finde ich hier eigentlich gar nicht mal so unübel. Vielleicht noch ein Stück tiefer. Ja, so vielleicht. Und dann rahmen wir das mal noch ein und finden das dann einfach wunderschön. So. Das ist der Plan. Äh, ein Rahmen. Tada! Jetzt haben wir ein schönes Bild. Und wir können uns mal hier so ein bisschen ein bisschen hübsch machen. Gehen wir einfach mal in unser neues Badezimmer. Hier Toilette. Duschen. Und dann können wir uns mal schlafen legen. So, dalle. Was macht Michelle gerade? Ach, Michelle ist fertig geworden beim Dingel da. Okay, dann gehen wir einfach mal wieder zurück nach Hause. Uns geht es ja jetzt soweit wieder gut. Wir sind auch nicht mehr wahnsinnig oder so. Das ist ja schon mal relativ positiv. Ich wollte mal gucken, ob wir irgendwo Näpfe füllen müssen. Hier können wir mal für zwei auffüllen. Okay. Wie sieht es hier bei uns im Wohnzimmer aus? Da für acht. Hier ist das Futter noch drin. Hatten wir sonst irgendwo noch wen? Ich will hier niemanden vergessen. Schau mal, einer guckt. Hier muss auch mal Futter nachgefüllt werden und sauber gemacht werden. Und dann können wir hier mal das Bett machen. Hallöchen. So, dalle. So, Lara hat sich hier jetzt mit, mit, äh, nicht mit Milo, sondern mit Star wieder verabschiedet. Und, aber es ist alles sowas auskratzen und so betrifft getan. So, dalle. Und ich würde vorschlagen, wir können mal hier herumgolopieren. Dann geht es da an sich schon mal besser. So, Flöckchen wurde gebürstet. Äh, wir wollen ein internationales Rennturnier gewinnen. Wir wollen eine Karotte fressen. Und über ein Hindernis für Pferde springen. Okay, das, glaube ich, dauert noch ein bisschen länger da, dieser Wunsch. Äh, hier wurde ausgekratzt. Hier wurde ausgekratzt. Hier wurde ausgekratzt. Hier auch. Hier ist nur das Bürsten nicht mehr aktuell. Und bei Star auch. Aber Bonita hole ich mal trotzdem hierher. Dann können wir, äh, bei Bonita mal drauf gucken. Ah, die Party von Hazel steigt. Äh, dass wir vielleicht nochmal drüber bürsten und ein bisschen hier bei Soziales gucken, obwohl es ja eigentlich relativ hoch ist. Aber trotzdem würde ich gern mit Bonita spielen. Bonita! Wo bist du? Einmal eine Runde bürsten. Weil es gerade passt. So, und dann können wir hier mal loben für schnell sein. Das ist auf jeden Fall auch ein Plan. Äh, aber sie will nichts fressen oder so und beschnüffeln auch nicht wirklich. Hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass sie da Lara beschnüffeln möchte. Aber so weit ist es noch nicht. Aber wir können es ja trotzdem mal machen. Einfach nur so just for fun. Beschnüffeln. Oh wow, da pieseln wir erstmal zwischendurch. Auch gut. So, Lara könnte mittlerweile auch mal was essen. Und dann auch mal auf Toilette gehen. Hier, Reste essen. Wir nehmen mal die Gelee-Sandwiches. So, und hier schalten wir mal ein Lied vor, weil irgendwie höre ich nichts mehr. Okay, jetzt hören wir wieder was. Sehr gut. So, Michelle wartet hier irgendwie auf Quietschi. Wo ist ein Quietschi? Hier oben. Was möchte Quietschi denn machen? Einmal eine Runde beschnüffeln. Okay, Quietschi fehlt Soziales. Aber da kann Michelle sich jetzt mal um die anderen Tiere kümmern. Um Quietschi und unsere Wauzis. Das scheint mir ganz sinnvoll zu sein. So, dann gehen sie da wieder runter. Pummelov möchte mal mit einem Ball spielen und Michelle beschnüffeln. Das passt ja sehr, sehr gut. Hier wollen wir mal eine Runde was zerstören. Ja gut, wisst ihr was? Dann machen wir das mal gleich. Und Pünktchen stinkt. Das ist ja ungünstig, Pünktchen. So, wir können hier mal eine Runde kauen. Michelle, sind wir immer noch mit Quietschi unterwegs? Ja, wir warten immer noch auf Quietschi. Quietschi kommt. Rennt gegen den Zaun. So, und jetzt geht's los. So, Lara sitzt hier nur noch. Dann kann Lara das hier mal wegräumen. Auf die obligatorische Toilette gehen. Und sich dann vielleicht mal eine Runde ins Bett legen. So, Casey ist mittlerweile ausgeschlafen. Die kann mal... Oh, ich hatte zu viel Hunger, um das Bett zu machen. Dann machen wir das später. Und essen jetzt auch erstmal hier ein paar Sandwiches. Und machen uns dann hier mal auch fertig. So, Quietschi, wie läuft's hier mit uns? Sieht ja so weit, so gut, ganz okay aus. So, da steigt Soziales wieder. Sehr schön. Dann können wir hier auch mal ein Leckerchen geben. Und eine Runde reden. Sind wir hier eigentlich stark befreundet mit Quietschi? Irgendwie gar nicht, ne? Quietschi hat irgendwie immer voll die Popokarte. So, wir können hier von uns aus auch mal eine Runde beschnüffeln. So, voll gut. Und dann können wir hier auch nochmal ein Leckerchen geben. Weil Quietschi hat auch Hunger, wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr gut. So, äh... Ja gut, dann würde ich sagen, können wir uns hier mal zum Napf bewegen und mal eine Runde fressen. Quietschi ist unterwegs. So, Pummeluf macht gerade irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ach, schau mal, einer. Guckt, Pünktchen geht in den Tierhygienator. Ich hole Pummeluf mal hierher. Dann kann Pummeluf mal Michelle beschnüffeln. Und dann ist es, glaube ich, ganz praktisch am Ende, weil wir uns den Wunschchen freischalten können. So, ich bürste mal hier als erstes. Und dann kann Pummeluf hier mal eine Runde beschnüffeln. Ne, beschnüffeln. Freundlich, beschnüffeln. So, los geht's. Lara schläft mittlerweile. Prudence auch. Und Casey duscht nur noch. Dann ist Casey auch komplett fertig. Und ich würde vorschlagen, kann sie sich hier weiter an ihren Fähigkeitenpunkt machen. So, hier wird fleißig gebürstet. Ich mache mal ein bisschen schneller. So, Milo ist einfach eingeschlafen. Wo ist das? Star ist unterwegs nach sonst wo hin. Und wir können hier einfach mal eine Runde schlafen gehen. Dann stehen wir hier nicht einfach mitten im Weg rum. So, Pummeluf möchte jetzt auch noch was fressen. Ich finde, wir könnten auf jeden Fall mal ein Leckerchen geben. Dann passt das ja schon mal ganz gut. So, voll gut. So, Pünktchen ist auch gerade da. Sehr, sehr gut. Das ist äußerst praktisch. Hat Quietschi jetzt hier gegessen gehabt? Ja, sieht gut aus. Quietschi geht jetzt erstmal eine Runde schlafen. So, und Pünktchen kann hier mal eine Runde beschnüffeln kommen. Heyo, Michelle. Einmal schnüffeln. So. Und dann bürsten wir Pünktchen hier auch noch. Pünktchen war zwar gerade hier in dem Tierhygienator und ist für sieben Stunden ganz doll sauber. Aber trotzdem ist es ja vielleicht erstmal gar nicht so unübel. So, Soziales ist bei Michelle sowieso komplett voll. Bei Pünktchen so lala. Aber wir können ja gerne nochmal beschnüffeln. Können ja auch mal lecken so. Wenn wir uns hier so unglaublich gut verstehen, ist das ja gar nicht so unübel. So, und äh, was wollte ich gerade machen? Leckerchen geben. So. Da werden wir noch abgeschlabbert. Und da wird das Leckerchen gegeben. Und hier wollten wir mit Milo Kontakt knüpfen. Dann schaue ich mal, wo Bonita gerade hingerannt ist. Da ist Barbie, wie es aussieht. Ach, Bonita ist hier hinten. Dann können wir hier mal eine Runde Kontakte knüpfen. So, und jetzt haben wir eigentlich uns um alle einmal gekümmert. So, Trink streiche ich jetzt mal hier weg. Wir können auf jeden Fall mal pieseln. Dann geht es uns besser. Und dann werden wir mal hier eine Runde Heu fressen. Yay, wir haben es geschafft. So, wir können ja hier nochmal loben fürs Freundlichsein. Und Casey hat ihren Punkt geschafft. Sehr, sehr schön. Zum Sommerfest gehen. Ja, es hat der letzte Tag eine neue Komposition lernen. Wir können ja rein theoretisch auch mal in die Buchhandlung fahren. Und sagen, hey yo, wir kaufen uns ein Buch. Ähm, Buchhandlung, Bücher kaufen. Und dann können wir hier auch nochmal die Fabrik besuchen. So. Erfüllen wir uns jetzt gerade nicht unbedingt den Wunsch. Aber dann streiche ich das einfach mal weg. Und dann machen wir das mal. So, Prudence schläft immer noch. Michelle ist unterwegs. Und dann werden wir mal mit Michelle gucken. Was hier unser Garten sagt. Äh, Felder düngen, Felder bewässern, ernten. Los geht's. Wir haben wieder alle Hände voll zu tun. Dö, 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 dö. So, äh, Prudence war hier fast ausgeschlafen. Dann stellen wir ihr mal ein, dass sie sich hier was zu futtern suchen kann. Äh, wir nehmen mal die Hamburger. Und Casey ist unterwegs. Sehr gut. So, Michelle, dann, äh, ernte mal los da. Nuttenblätter. Äh, Gitarre Level 5. Gitarre Level 6. Und Gitarre Level 7 nehmen wir mal auch noch mit. Das sollte erstmal reichen, hoffe ich doch. So, dann können wir mal das Fest besuchen. Und auf dem Fest hier eine neue Komposition lernen. Äh, Lied lernen. So, dann, dann sind wir da. Alles wird gut. So, Michelle, wie läuft's? Gedüngt wurde. Jetzt bewässern wir wieder eine Runde. Und jetzt nochmal eine Runde ernten. Ich bin so froh, dass wir diesen Traktor haben, ne? Stellt euch mal vor, wir müssen das alles ohne den Traktor machen. Das wäre ja eine mittelschwere Katastrophe. So. Jetzt haben wir immer noch nicht alles abgeerntet, wie es aussieht. Upsa, Garten pflegen. So, Michelle, ein bisschen musst du noch durch. Aber vielleicht holen wir auch einfach dann mal gleich Lara dazu. Die, die kann hier nochmal ein bisschen mitmachen. So, wir schließen dieser Veranstaltung. Ja gut, es ist 21 Uhr geworden. So, Michelle kann nicht mehr. Dann geht's hier wieder auf unsere Supertoilette. Prudence futtert mittlerweile. Dann können wir sie da gleich mal den Teller wegstellen lassen. So, sie steht einfach nur auf. Wegstellen ist nicht. Auch gut, dann räumen wir das mal auf, Prudence. Und dann würde ich vorschlagen, äh, fangen wir hier auch mal eine Runde an zu ernten. Weil das muss auf jeden Fall noch weg. So, Lara weiß schon Bescheid. Oh nein, Siegfried! Oh, Siegfried! Oh nein. Gut, muss ich gleich mal Michelle drum kümmern. Wenn wir hier gleich mal eine Runde schnell duschen gehen. So, uns was zu essen schnappen. Und dann werden wir hier mal bei Siegfried vorbeischauen. Oh, voll traurig. So, da wird gleich aufgestanden. Casey hat das Lied gelernt. Sehr schön. Mit einem Hufeisen werfen. Das Fest ist ja gerade leider geschlossen. Das bringt nicht mehr allzu viel. Aber wir können ja nochmal versuchen, hier für Trinkgeld zu spielen. Mal gucken, ob uns da noch irgendwie jemand zuhört. So, Lara macht das hier schon. Dann gehen wir mal zur Prudence, die hier noch fleißig am Ernten ist. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir haben so 0,0 gar nichts abgeerntet, ne? So richtig erfolgreich war das irgendwie nicht. Hm, keine Ahnung. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dass wir uns hier hoffentlich auch beim nächsten Mal wiedersehen. Und, äh, ja. Dann macht's gut, macht's besser. Und bis danni! Und, äh, ja. Dann macht's gut aus. Untertitelung des ZDF, 2020